Hallo zusammen, willkommen zurück zu Plotly. Heute mit dem kleinen aber feinen Unterschied, was eigentlich diese Graph Objects eigentlich sein sollen und wie man auch Dictionaries benutzen kann, um Sachen zu plotten. Und das wird wahrscheinlich für viele von euch sehr interessant sein, denn wir können mit Dictionaries, aber auch hier eigentlich mit diesen Figures, also über Graph Objects, können wir das Ganze eigentlich relativ leicht aus Pandas Daten, Strukturen oder NumPy Daten machen. Was wir hier einfach aus Faulheitsgründen relativ selten machen werden, weil sonst die Tutorials statt 10 Minuten 50 Minuten lang sind. Aber wir könnten, und das ist der wichtige Punkt dabei, wir haben jetzt eine Variante kennengelernt, die wollen wir kurz auseinander nehmen. Wir haben hier ein Bar-Diagramm, so, warum ist das jetzt so eingerückt, das ist nicht so cool. Ähm, na gut. Ah, weil ich Y gelöscht habe. Wups, das war nicht mein Plan. So, also was ist hier passiert? Wir haben hier in diesem Graph oder für diesen Graph eine Figure erstellt, ein Beispiel sozusagen, eine Darstellung. Und das ist eine Möglichkeit, das ist ein Graph Object. Das ist quasi repräsentiert als tatsächliches Objekt in einer Plotly-Datenstruktur. Und hier haben wir gesagt, okay, die Daten, die machst du mal bitte aus einem Bar-Diagramm. So, und dann haben wir die Daten einfach hier als Y-Werte reingegeben. X-Werte haben wir keine gegeben, das heißt, X wird einfach angenommen, dass es 1, 2, 3 ist, beziehungsweise 0, 1, 2 ist. 0, 1, 2. So, und ja, das ist eigentlich schon eine relativ einfache Struktur. Ich zeige euch das mal eben. So, das ist quasi das, was wir hier gemacht hatten im letzten Video. Das heißt, wir haben hier die Daten drin, wir haben ein Bar-Diagramm gemacht, das bestimmt quasi, wie das ganze Ding aussieht. Dazu kommt noch später mehr. Und wir haben das alles hier, diese Daten, in eine Figure gepackt. Jetzt lässt euch allerdings Plotly das Ganze auch sehr viel einfacher darstellen. Wobei, wisst ihr was, ich mache das mal hier so. Ich lasse das hier drin und wir machen das hier unten auf die einfache Variante. Und zwar sagen wir hier, wir wollen eine Figure darstellen über ein ganz simples Dictionary, ein Python-Dictionary, also wirklich ein eingebauter Datentyp. Ein Dictionary sieht immer so aus, dass es hier diese geschweiften Klammern hat, ist quasi wie ein JSON-Objekt, nur eben als internes Dictionary gehandhabt. Und hier haben wir jetzt mehrere Varianten oder mehrere Sachen, die wir angeben müssen. Wir müssen einmal angeben, wie das Layout ist. Das haben wir schon kennengelernt. Und das ist im Endeffekt, naja, nicht wirklich irgendwas Spezielles, beziehungsweise haben wir noch gar nicht kennengelernt, ich lüge. Denn wir müssen hier den Titel reinschreiben, Title, Doppelpunkt, wobei wir das bei dem anderen noch nicht mal hatten. Und der Title, naja, der besteht eben aus eigentlich nur einem Text. Das heißt wirklich Text, also das ist kein Witz hier. Und in diesem Fall Beispiel. Und das Zweite wäre, wir wollen hier nicht nur das Layout definieren, sondern auch natürlich die Daten definieren. Und die Daten packen wir in Data rein. Ihr erinnert euch, das hier oben hieß auch Data. Das ist quasi eins zu eins dasselbe Ding. So, und hier in dieses Data brauchen wir jetzt natürlich mehrere Varianten, also mehrere Teilbereiche an Daten, die wir hier eintragen können. Und jedes davon ist als JSON-Objekt gespeichert. Das heißt, das wäre ein JSON-Objekt. Wir können hier, wie gesagt, mehrere Daten reinpacken, wenn wir das wollen. Können wir gerne gleich mal als Beispiel machen. So, also einmal haben wir, naja, was wollen wir haben? Den Typ, also Type. Und der wäre eben ein Bar-Diagramm. Das ist das, was wir hier oben über diesen Typ Bar gemacht haben. Das Zweite wäre, wir wollen die X-Koordinaten angeben. Und die wären bei uns, beziehungsweise Haltstopp, das war eine Liste. Die war bei uns 0, 1, 2. Wie gesagt, wir können auch mit 1, 2, 3 anfangen. Das ist euch überlassen, wo wir anfangen zu zählen. Und wir brauchen natürlich die Y-Koordinaten. Die können wir hier oben auch einfach eins zu eins kopieren. So, ihr seht, wie ähnlich sich die beiden Dinge eigentlich sind. Also einmal habe ich das Ganze hier als JSON. Dieses Layout-Ding, das habe ich quasi noch gar nicht angegeben gehabt da oben. Das kann man hier aber auch angeben. Und das machen wir einmal ganz kurz. Und zwar einfach als zweiten Parameter, damit die beiden auch wirklich gleich sind. Also Layout ist gleich Go.Layout. Eigentlich wird das groß geschrieben. Go.Layout. Ups. Und wir wollen hier reinschreiben, Title ist gleich Go.Layout.Title. Das ist jetzt gleich geschrieben. Aber der Title ist groß geschrieben. Sorry. So. Und hier kommt der Text rein. Text ist gleich, was haben wir genommen? Beispiel. So. Äh, Beispiel, genau. Beispiel. Okay. Das heißt, wir haben hier einmal den Title gesetzt über das Layout. Hier unten sagen wir Layout, Doppelpunkt, Title, Doppelpunkt, Text, Doppelpunkt, Beispiel. Das ist genau dasselbe. Die Wörter sind sogar dieselben. Text, Text, Title, Title, Layout und Layout. Nur die Typen, die sind natürlich andere. So. Und hier unten sagen wir Data, Doppelpunkt. Das haben wir hier gemacht. Data, Doppelpunkt. Und hier Type Bar. Naja, das ist halt eben der Go-Bar-Typ. X-Werte sind diese hier. Y-Werte sind diese hier. Und ja, so lässt sich das relativ leicht eigentlich darstellen, indem wir hier alles als Dictionary schreiben. Wie kriegen wir jetzt das Dictionary in ein solches Go-Objekt? Naja, brauchen wir gar nicht. Wir können einfach das Dictionary direkt plotten. Und zwar über eine spezielle Bibliothek innerhalb Plotlys. Plotly.io. Und das importiert man normalerweise als P-I-O. Plotly.io ist ein bisschen kürzer als Plotly.io zu schreiben. P-I-O. Und hier kann man einfach hier reinschreiben, wie das Ding heißt. In unserem Fall wäre das Fake. So. Und das. Starten wir mal ganz kurz. Dann werden uns zwei Sachen aufgemacht. Das hier ist noch das alte. Einmal haben wir das hier mit den Werten. Mit diesen Werten hier eben. Und einmal haben wir das da. Also wirklich eindeutig identisch. Auf zwei unterschiedlichen Ports. Ihr seht es hier oben an der Adresszeile. Unterschiedliche Ports. Aber identische Graphen. Und ja. Das ist im Endeffekt wirklich genau dasselbe. Das heißt, die sind wirklich austauschbar. Wir können entweder das Ganze über diese objektorientierte Struktur machen. Über Graph Objects. Oder wir können das über mehr oder weniger JSON-Daten und ein Dictionary machen. Das könnt ihr euch wirklich frei wählen. Falls ihr den Weg über PIO nicht mögt. Also quasi über diese Library. Warum auch immer ihr das nicht mögen könntet. Aber sagen wir mal, ihr mögt das Ding nicht. Dann sagen wir hier Graph Fig. Jetzt einfach mal. Ist gleich. Und jetzt bauen wir uns aus diesem Dictionary mal so ein Graph Object, wie wir es hier oben hatten. Das geht nämlich genauso. Und das kann ich ganz einfach hier machen, indem ich sage Go.Figure aus unserem Dictionary eben. Das kann ich hier einfach reinpacken. Das heißt, ich kann für dieses Go.Figure entweder den Typen nehmen. Oder ich kann hier einfach das Dictionary reinpacken. Und es funktioniert genauso. Ich mache das jetzt nochmal ganz kurz beispielhaft hier. Graph Punkt. Ähm, nicht Graph, sondern Graph Bodenstrich Fig Punkt Show. Und wenn wir diese beiden, ähm, oder diese drei Figuren in diesem Fall vergleichen. Achtung, das sind die drei alten. Wenn wir diese drei vergleichen, sehen wir, die sind alle drei absolut identisch. Und alle drei natürlich voll funktionabel. Ich kann mit allen dreien genau dasselbe machen. Das heißt, wir können ein Dictionary-Bomb, das in eine Figge umpacken. Oder ein Graph Object umpacken. Und dann können wir das auch anzeigen lassen. Also, falls ihr PIO nicht mögt. Und ja, die sind wirklich austauschbar. Praktisch ist natürlich auch die andere Richtung. Und das wäre dann das Letzte, was ich euch heute zeigen möchte. Wenn wir uns diesen Graph hier oben nehmen, dann können wir den auch direkt in ein Dictionary umwandeln. Das heißt, ich mache jetzt hier das tatsächlich mal mit einem Print Statement. Graph Punkt to Dict. Und das kann ich tatsächlich auch hier starten. Und ja, natürlich kriege ich hier oben nochmal die ganzen wunderschönen Plots zurück. Aber wir bekommen auch eben das hier raus. Und zwar einmal Data, Doppelpunkt. Dann haben wir das hier. Dann haben wir das. Type Bar. Layout zu Doppelpunkt. Title. Ups. Title. Das da. Template. Hier kommt noch ein bisschen mehr Informationen rein, die wir nicht angegeben haben bei unserem Dictionary. Ihr könnt selbstverständlich auch die Farbe angeben. Und wenn ihr jetzt einfach euch an diesem Dictionary hier orientiert, habt ihr eigentlich schon alles, was ihr braucht. Also wir, ich mache das hier einfach mal ganz kurz hier rein. In unser D, sage ich jetzt einfach mal, ist das da. Sagen wir das hübsch. Machen wir das hübsch, habe ich gesagt. Okay, vielleicht war hübsch machen nicht die beste Idee, die ich jemals hatte. Aber es ist sehr, sehr lang. Also ihr könnt euch, ihr wollt da dran orientieren. Wir sehen hier, Data ist wichtig. Type ist wichtig. Layout ist sehr, sehr stark erweiterbaut. Und hier sehen wir, was da alles rein kann. Title, Text, Beispiel, Template, Data und so weiter und so fort. Ups. Dann kann ich hier Data Bar reinschreiben, kann für den Error eine Farbe angeben. Y-Error kann ich eine Farbe angeben. Marker kann ich angeben und so weiter und so fort. Hier sehen wir noch, was da alles sonst noch so rein kann. Das brauchen wir alles eigentlich nicht. Aber ihr könntet, ihr könntet diese ganzen Eigenschaften hier ändern. Wenn ihr irgendwann mal das Ganze irgendwie von Hand machen wollt, dann würde ich euch das empfehlen. Und ja, wir lassen jetzt diese über 500 Zeilen hier raus. Das macht nicht wirklich Sinn. Und auch kein Spaß, ehrlich gesagt. Aber wenn ihr eine Art Vordruck braucht, dann könnt ihr euch da dran orientieren. Da wisst ihr dann, was das alles zu ändern gibt. Gut. Also das heißt, die sind wirklich komplett austauschbar voneinander. Und ja, das ist eigentlich sehr, sehr angenehm. Weil wir uns so aussuchen können, was für eine Schreibweise wir benutzen. Gut. Das war's für dieses Mal. Wir hören uns wieder. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.